Hey Leute, willkommen zu einer neuen Runde von Julians Was-ist-was-besser-besser-Quiz. Sieht euch besser warm an, denn heute wird es ganz schön frostig. Hä, wie meint ihr das? Die heutige Frage lautet, welches dieser Tiere lebt nicht am Nordpol? A. Ein Eisbär, B. Ein Pinguin oder C. Der Polarfuchs. Brrr, bei dem Bild nun lebt mir echt kalt. Und wie immer lasse ich euch ein bisschen Zeit zum Überlegen. A. Ich glaube, diesmal weiß ich die richtige Antwort. A. Und die richtige Antwort ist der Pinguin. Die Flug- und Fegen, Seevögel, leben am Südpol, nicht am Nordpol. A. Oh, Menno, das hätte ich sogar gewusst. A. Aber auch nur wegen unserer besonderen Gäste heute. A. Boah, Leute, schaut mal. Passend zum Thema sind sogar echte Pinguine hier. A. Also dann, bis zum nächsten Mal.